Ich bin Martha Bissmann, Energie- und Umweltmanagerin aus Graz. Zehn Jahre lang war ich in Afrika und in Europa unterwegs und habe mich für den Klimaschutz und die Energiewende eingesetzt. Jetzt bin ich in meine Heimat zurückgekommen und kandidiere auf der Liste Pilz auf Platz 2 in Graz und in der Steiermark. Ich stehe für eine Politik, die verbindet und nicht spaltet. Meine Themen bei der Liste Pilz sind Bürgerbeteiligung und die Energiewende. Ich werde eine Plattform schaffen, auf der jeder sich einbringen kann mit Ideen, Forderungen und Lösungen. Und wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass die besten Ideen, die besten Lösungen ins Parlament kommen und dort auch umgesetzt werden. Und dafür werden wir parteiübergreifende Allianzen bilden. Geben Sie mir Ihre Stimme, damit ich meine für Sie erheben kann. Danke. Danke.